In der Folge 96 sprechen wir über das Thema Etwas-Show gehört zur Fotografie dazu. Herzlich Willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Peter Sturm und ich bin dein Gastgeber und spreche über Themen wie Selbstständigkeit, das Fotobusiness, die Fotografie und Bildbearbeitung. Viel Spaß! Vielen, vielen Dank, dass du wieder zuhörst in der Folge 96. Und ja, schön, dass du da bist. Lass uns ein bisschen reden über das Thema Fotografie und welche Show, dass ich damit meine. Und bevor wir starten ins Thema, ich habe ganz viele Rückmeldungen erhalten auf meine letzte Podcast-Folge, wo es darum ging, können Fotografen Freunde sein oder eben nicht. Also ich glaube, das hat nach einigen aus der Seele gesprochen und danke fürs Feedback vor allem. Hat auch viele bewegt, finde ich. Und wenn es was bewegt hat, dass Fotografen und Fotografen sich gegenseitig mehr unterstützen, sich mehr treffen, mehr miteinander offen umgehen, offen kommunizieren, dann war das meine erfolgreichste Podcast-Folge vielleicht von dem her. Also erfolgreich in dem Sinne einfach erfolgreich für die Fotografie, nicht für mich persönlich. Und jetzt, bevor wir starten, noch eine kleine Anekdote. Wir haben ja, ich bin jetzt in der Woche neun sind wir jetzt, oder zehn sogar schon, bei Erfolgreich selbstständig werden als Fotograf, Fotografin. Also es geht nach zwei Wochen, dann haben wir unser Abschlusstreffen. Wir treffen uns wieder live in meinem Studio. Und es kommt sogar Teilnehmerin von Italien dazu. Und das ist wirklich super. Und wir haben immer, wenn wir uns wöchentlich treffen, kann jeder sagen, was Positives passiert ist. Und ich weiß es eben nicht, ob ich den Namen sagen darf. Darum sage ich jetzt einfach, eine Fotografin von der Academy hat voller Freude gesagt, dass sie einen Job bekommen hat. Sie hat eine Business-Anfrage gehabt und haben gemeinsam gesagt, wie kann sie die Offerte machen, was gehört rein, was kann man verlangen und so weiter. Und sie hat den Zuschlag erhalten, obwohl es jetzt sicher nicht die billigste Offerte war, aber sie einfach perfekt dazu gepasst hat, zu dem Unternehmen. Und ich finde es immer cool, wenn wir so gegenseitig die Erfolgsstories erzählen, wie sich die anderen Teilnehmer wirklich mega, mega darüber freuen. Und das ist für mich einfach super zu sehen, dass es nicht nur Neid und Missgunst gibt, sondern eben auch wirklich Freude. Und man sieht, wie die Leute erfolgreiche Jobs bekommen oder einfach Anfragen bekommen, die Webseite optimieren und 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 immer. Jede Woche wieder tolle Erfolgserlebnisse. Und das wollte ich einfach kurz mit dir teilen. Und macht einfach eben mega Spaß. Und falls du dabei sein möchtest, deine Erfolge selber teilen möchtest, dann ab 27. September geht die nächste Klasse wieder, starten wir wieder mit der nächsten Klasse. In den Shownotes ist dementsprechend der Link für die Warteliste. Jetzt was meine ich dazu? Mit etwas Show gehört zur Fotografie. Und da geht es ja darum, wenn du jetzt einen Business Job hast und du machst eine Offerte und es hat, ich sage jetzt, nicht gerade den billigsten Preis, sondern einen Preis, den du verlangen musst, um überhaupt davon leben zu können, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, langfristig, dann kostet doch das Shooting mit dir doch ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht es ja darum, dass in dieser Firma, wo du fotografierst, garantiert ein, zwei Hobbyfotografen, Fotografinnen sind, die sicher auch eine Ausrüstung zu Hause haben, gespannt sind, was du alles machst, wie du es machst und so weiter. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Job, da kriegst du vielleicht, ich sage jetzt 1.000, 2.000 Euro am Tag, musst 20, 30, 40 Mitarbeiter fotografieren und jetzt kommst du an zur Location, hast in der Tragtasche, hast du deine Kamera, dein Objektiv drinnen und Aufstiegblitz und sagst, so, ich bin bereit, wo geht es los? Und wenn wir jetzt ganz, ganz ehrlich untereinander sind, tendenziell reicht ja vielmal ganz was, eine günstige Kamera, ein gutes Objektiv, ein Reflektor, mehr braucht es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vielmals braucht es gar nicht. Und trotzdem ist es doch so, dass wenn du einen Auftrag hast und du kommst nur mit dem Minimum Equipment, dass du sagst, okay, mehr brauche ich nicht, das weiß ich, dann schaut das für den Kunden trotzdem ein bisschen amateurhaft aus. Auch wenn die Bilder schlussendlich sensationell sind, die Besten der Besten und und und, aber der Eindruck zählt dir auch. Und ob jetzt du, ich sage jetzt, wenn du einen Bankmitarbeiter fotografieren musst und irgendwie mit einem Cap kommst, wo ein Totenkopf drauf ist und vielleicht noch ein T-Shirt, wo ein Werbet-T-Shirt von einer anderen Bank ist, was auch immer, also auch der Auftritt ist hier immer ein bisschen show. Auch wenn du sagst, ich bin eigentlich der Jeans-Träger und ich ziehe nur ein T-Shirt an, klar geht das auch, Authentizität ist wichtig, aber trotzdem ist vielleicht, ich sage jetzt, ein neutrales, schönes Hemd doch besser angesagt, je nach Job, den du hast. Und bei mir ist es immer so, ich komme immer mit viel Gepäck, auch wenn ich immer wieder danach fluche, weshalb ich immer so viele Sachen mitnehme, aber für mich gilt einfach, ein bisschen Klotzen gehört dazu, das heißt, ich habe alles doppelt, das heißt, wenn etwas kaputt ist, ich glaube, das ist klar, könnte man auch im Auto lasten, ich bringe es immer automatisch mit, ich habe für jede Situation alles zwei-, dreimal, ich habe Ersatzstative, ich habe fünf Blitze dabei und, 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 brauche ich meistens vielleicht einen, zwei, wenn überhaupt. Und trotzdem, wenn, ich sage jetzt, der Chef dieser Firma kommt oder der Marketingleiter oder wer auch immer und sieht das ganze Equipment, sagt du, wow, also da hast du einiges mitgebracht, du hast einiges vor mit uns. Und das klingt oder ist schon nach außen, zeigt das eine gewisse Professionalität, wo einfach dementsprechend anders wirkt. Das Gleiche ist, ich sage jetzt, wenn jetzt du, ich sage jetzt an einer Hochzeit bist und da kommt irgendwie der DJ und theoretisch, wenn wir ehrlich sind, könnte der DJ ja, ich sage, via Handy-App die Musik via Bluetooth über die Boxen laufen lassen und die Stimmung wäre auch gut. Trotz aller Drehen bringt er doch auch Mischpulter mit, Boxen mit, arbeitet am Tisch, hat einen Monitor dabei, hat einen Laptop dabei, und, und, und. Theoretisch würde das auch beim Handy gehen. Ich muss schnell den Alarm abschalten, wenn ich in das Studio reinkomme, dann pfeift so. Und das ist einfach dementsprechend einfach unbewusst, zeigt man mit dem gewissen Equipment, mit dem gewissen Auftritt, einfach Professionalität. Und es geht mir nicht um das schlussländliche Ergebnis, das kann bei beiden gleich gut sein, aber der Kunde, wenn er viel zahlt dafür oder von sich aus meint, es ist viel, was er zahlt, meistens ist es eh zu wenig, aber von dem her, wenn er schon viel zahlt oder das Gefühl hat, dann sollte er auch dementsprechend sehen, was bekommt er für das Geld. Und deshalb sage ich immer, lieber zu viel mitnehmen, lieber zu viel schleppen, aber dementsprechend einfach ein bisschen klotzen, ein bisschen Show machen, dass einfach dementsprechend der Kunde auch das Gefühl hat, aha, ich kriege wirklich einiges fürs Geld. Denn wenn du wenig Equipment dabei hast, dann gibt es ein, zwei Hobbyfotografen, wo vielleicht zu Hause auch eine Kamera haben, zwei Objektive, einen Aufstieg blitzen und dann zum Chef sagen, du aber, also mit das Equipment, wo die Person jetzt mitgebracht hat, das hätte ich fünfmal zu Hause gehabt, hättest mich können bezahlen, hätte ich noch was gehabt und nächstes Mal mache ich das. Wenn du aber dementsprechend Equipment mitbringst, wenn du vielleicht irgendwie, wie gesagt, lichttechnisch etwas machst, wo jetzt nicht jeder machen kann oder nicht weiss, wie es funktioniert, ein spezielles Streiflicht mit der Wabe und, 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 dann hast du einfach dementsprechend Vorteile, dass du auch langfristig, wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter fotografiert hast, dass nicht das zweite Mitarbeiter-Shooting schon Mitarbeiter der Firma macht, sondern sie sagen, du, also das, das kriege ich nicht so her, das Equipment, das er dabei hatte oder sie dabei hatte, habe ich leider nicht. Du fragst lieber den Fotografen, die Fotografen wieder an. Und das sind so die kleinen psychologischen Dinge, einfach mal für dich zur Überlegung, vielleicht sagst du auch, nein, du Peter, ich möchte keine Rückenschmerzen, ich möchte nicht Benzinkosten vorsahen, weil ich zu viel im Auto habe, durch das Gewicht wird das Auto schwer, ich brauche mehr Benzin, jetzt böse gesagt, aber überleg dir einfach, wie kannst du auftreten, was kannst du mitnehmen, was kannst du vielleicht ein bisschen anders machen, als jetzt ein, zwei Leute, die vielleicht in dieser Firma arbeiten, damit du langfristig einen Kunde hast, der immer wieder bei neuen Mitarbeitern zum Beispiel dich anruft, dich kontaktiert, weil einerseits die Qualität stimmt, andererseits du ein sympathischer Typ bist, weil du schnell lieferst, weil du das modernste oder moderneres Equipment hast und mach dir einfach mal Gedanken dazu, vielleicht sagst du auch, nein, ich bin der Minimum Fotograf und ich bin glücklich, auch sehr gut, ich sage einfach aus meiner Sicht, wie es wirken könnte oder wie es wirkt, aus meiner fast 16-jährigen Berufserfahrung, aber die Zeiten ändern sich natürlich auch, vielleicht gibt es Fotografen, die es komplett anders machen, kannst du mir auch gerne einmal schreiben, deine Meinung dazu äußern, und ja, das ist einfach mein Standpunkt und ich werde auch weiterhin Dinge schleppen, mehr schleppen, als ich eigentlich müsste, aber werde das weiterhin machen. In dem Fall, ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und bis Ende, also bis Donnerstag kommt die nächste Folge wieder raus. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Tschüss und Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020